nur panzer schaden wie assi ist das denn leute das immer wieder technische schwierigkeiten sind behoben nach fünf minuten so fast es funktioniert wieder ich bin glücklich markus ist glücklich markus immer glücklich das mit mir spielen das ist eine ehre sehr eine bestrafung weil die schnauze ich habe noch nie mit so kompetenten mitarbeiter gestillt mitarbeiter chefs von geburt an ich bin immer ein halben monat das ist seit zwei jahren chef so lange hat der kanal ist schon zwei jahre alt ja ja voll ist so dass ich war ein jahr der ursprungs kanal ist ein jahr zwei jahre das ist aber der neue kanal nicht der neue kanal ist konnten halte gibt es nicht mehr hat ein alter scheißer jetzt ist ja ist klar weil der scheiß ich glaube du bist auf die schnauze ja weiß wo ich wohnen genau das lag ungefähr nein aber es passt schon ich hatte mitleid deswegen das habe ich nicht aufgenommen hast du bist ja weil er war dass das dritte Redaktes betrue hast du dir vorne zu lassen da ja jetzt kommt kein Schwein raus, das ist doch zum Kotzen jetzt kämpft man, ey, hab ich heute nur das Glück gepachtet ihm hat es so gut angefangen, ich habe es so stark nachgelassen ja, ich auch, wir haben jetzt OPs geklaut bekommen, ey, Problem ich rufe mal A zurück, ne B, ah, jetzt kommt der voll, mal A, oh, die haben ja schon C und A, C und A C und A, ja, ich rufe C und A, oh Mann das ist scheiße, das wird bestimmt teuer, wenn man das einkaufen will, als ein Kaler bei C und A ja, für Vanus gibt es 5% Rabatt, weißt du? ja, aber die eh immer zusammenspielen, die Noobs ja, ist wirklich so ich glaube, zu Veteranen und zu Videos ist das so, die stimmt gar nicht, ich bin zusammen voll jetzt mal, wenn es ein Alarm gibt, sind wir nur gegen uns ich, das ist wirklich so die armen, wars, ein Kaler ich muss auch sagen, dass einfach die ein Kaler einfach so schlecht sind werden also die Spieler zumindest, nicht so leicht und Leistung sind die eigentlich schon ich bin einfach so, ja wir spielen halt klasse statt masse das soll eigentlich ne, ich bin eher massig, massig 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 ist das ein Wort? massig alter, wie es macht mich sogar so ein Dreckspion weg Leute, schreibt es in die Kommentare, ob massig dein Wort ist, wenn ihr das wisst massig massig ich glaube, das haben wir er hat gerade erfunden, erfunden das Wort ich habe es in die Kommentare, was es bedeuten soll oh, schnell zur SKE massig massig ja, massig ja, massig massig gibt es ja massig gibt es das? er geht nicht, dass massig es gibt als Wort oh fuck oh nur Panzerschaden wie assig ist das denn? ja, bei Biolaborland so ein ja, ich habe eine Granate reingeschmissen eine Panzergranate, die hat nur Schaden gemacht, keinen getötet und da tanzt noch eine Max im Generatorraum rum, deswegen, die wollte ich mir jetzt grad holen let's dance let's fetz sagt der Vorschusspang in den Ventilator ja, ich weiß, der war bled das war jetzt ganz niedriges Niveau so ein Schussholenkratzer oh oh das wird so eine Sekunde stehen tot tot Bier dabei halt, ne? das nicht stehen bleiben bis dahin äh, wenn du tot bist kommst du machst du mir mein persönlicher Assi was? ja, ingi ja alles hat näher die Punkte erobern, als ein Pansum zu kommen ingi, ich bin's Max ach so ja, wala da mal was läuft, ja sk wurde angegriffen, schnell zu sk da hast du gesagt, wie das wird was? boah, keinen mitgenommen alter, da schießt mich hinter so hart oh, nö, tot ein oh, ja, es ist mal da ne, es kraton es kraton ach, kenne ich nicht kommt da jetzt noch ein Sani, wo mich wiederbelebt, vielleicht recht habe ich jetzt ja, soll der ist die Klasse schicken natürlich nicht bist du Spinnale Ego, weißt du? na ja, brutal ich komme halt, ne keine neue holen aber danke für die Hilfe what? ah, fick dich medic, medic franches ja, komm medic, kannst du ja den Arsch schieben, die medics hier kannst du eine Pfeife rauchen und nicht mal dafür sind sie gut genug das sind einfach zu blöd für alles, die medics ach man, jetzt hör doch mal auf mich zu töten das spiel ist doof, wenn ich mich nur töten daddy, oh, daddy ist da daddy? bestes spieler ever ja, daddy, ich weiß nicht ob es der richtige daddy ist der ADI der ADI die gar nicht nur einen mit dem Namen also halt mit daddy der ADI der ADI gerade nicht mit der Zar weckholt mit der Spion, die SKA der Pisser oh, flut besterrana das scheiße das sei, warum ist das das beste der Wormweg der meiste Langeweile hat mit seinem Leben so der software hat völlig viele Punkte oder was? ja, ist der beste von der Welt von jedem Server er der beste also und überall ist er oder was? nein, aber wenn du vergleichst die Server ist er der beste also punkten oder was? ja ja das schauen wahrscheinlich alle ab, weil daddy da ist ob man eigentlich die ganze normale spiele ist wie jeder andere ach man, wer hat mich jetzt getult diese scheiß Esquadon le sa prosa wie die scheiß Spanische Clan da geht noch ein Sack sie sind alle nur Level 9, 9, 100 oder sonst was die Gäber schon hart auf dem Nusserf hat neuer Tod der Doktor nur leulehunderte eh auch nur BD 100 ich bin hinter dir, gell? was ist? ich bin hinter dir ja wir haben es verteilt ich den scheiß ich weiß nicht, wir zerstören jawohl jo, ich hab WICTIX WICTIX ja Level 100 davon Estragon boah jetzt holt mich der andere Spacken wieder ja auch von Estragon wer lässt diesen abspielen was? ja ja ich war grad zu nah an dem Spawning scheiß 3,8 pff hey bis ich mal der WI 100 bei Bernds hat wär bitte schalt ja ich auch vor bei dann auf dr 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 Bis zum nächsten Mal.